Leute, ich weiß gar nicht, warum ihr euch so aufregt. Es ist doch nur ein DLC für 70 Euro. Nein, Spaß Leute. Was geht YouTube? Und damit ein herzliches Willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal, meine Freunde. Leute, in dem Video geht es einmal um das Release von MW3. In dem Video werde ich einfach mal ein klein wenig darauf eingehen, ob dieses Spiel wirklich seine 70 Euro wert ist. Ich werde ein klein wenig auf Neuerungen eingehen, auf Sachen, die mir einfach persönlich aufgefallen sind, auch aufregen. Wenn du dich für weiteren COD-Content interessierst, darfst du gerne mal den Kanal abchecken. Hier folgen die Woche mal ein paar Videos. Und an der Stelle ist es einfach mal gesagt, fangen wir doch einfach mal an mit den ersten Punkten, die mir aufgefallen sind. Einige haben schon rausgehört, was ich mit DLC für 70 Euro meine. Wir haben hier meiner Meinung nach wirklich einfach ein DLC von MW2 für 70 Euro hingeklatscht bekommen von Activision. Fangen wir doch einfach mal mit den positiven Punkten an, die mir aufgefallen sind. Die Spielmechanik von den Waffen. Sehr einzigartig, muss ich sagen. Wir haben hier ein paar neue Waffen drin, wir haben auch ein paar alte Waffen drin, da will ich aber gleich darauf eingehen. Wir haben hier ein paar neue Waffen drin, die sich wirklich geil spielen. Die Soundkulisse ist geil, das Movement von den Waffen ist geil, also das Waffensystem ist ein bisschen einzigartig. Habe ich so noch nicht erlebt, aus meiner Perspektive. Die Engine ist jedoch gleich geblieben, nur das Waffenplay ist ein klein wenig anders. Ist auf jeden Fall schon mal ein Pluspunkt, der mir aufgefallen ist. Ich habe es ja gerade eben schon gesagt, ein paar neue Waffen. Wir haben hier leider einen Punkt, der mich ein bisschen getriggert hat. Ich habe mich in das Spiel eingeloggt, habe auf Level 4 gespielt und mir ist einfach aufgefallen, ich habe schon ein paar Waffen auf Bugs Level. Woran kann das wohl liegen? Ja, weil wir einfach hier ein paar Waffen aus MW2 übernommen haben. Was dazu führt, dass ich einfach mal sage, das ist einfach eine Erweiterung von MW2. Weil in jedem anderen Spiel ist alles auf Reset gesetzt worden. Kleine Korrektur, ich habe einfach mehr Waffen freigeschaltet durch MW2, als in MW3 neu dazugekommen sind. Folgender Punkt, der mir noch aufgefallen ist. Wir haben hier wirklich ein paar geile Tarnungen hinzugefügt bekommen. Bei den neuen und bei den alten Waffen kann man neue Tarnungen freigeschalten, die wirklich einzigartig aussehen. Fand ich auch geil. Ob es mir jetzt die 70 Euro wert ist, weiß ich nicht. Ich denke mal, das werden wir im Laufe des Gameplays noch sehen, ob sich da doch noch ein paar Neuerungen reingeschlichen haben oder nicht. Auf jeden Fall, waffentechnisch sage ich einfach mal, haben wir ein paar kleine Neuerungen dazubekommen. Ein paar alte Sachen haben wir auch drin. Bleiben wir mal beim Klasseneditor. Wir haben hier wirklich im Menü eine komplett gleiche View wie in Modern Warfare. Außer das Hintergrundbild hat sich natürlich geändert. Von den Ausrüstungen her, von den Taktik-Sachen primär und von den Ausrüstungen habe ich jetzt nicht viele Sachen mitbekommen. Außer vielleicht der Wurfstern, der mir jetzt irgendwie neu vorkommt oder auch nicht. Aber ansonsten ist hier wirklich alles erstmal gleich geblieben. Anschließend haben wir hier keine Extras mehr, sondern wir haben jetzt Handschuhe, leichte Stiefel und... Wie das Ding heißt? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und neu ist auch die Infanterie-Weste. Bei den ganzen Sachen, die ich genannt habe, kann man verschiedene Sachen auswählen, wo halt einfach Vor- und Nachteile halt auch sind. Das Ganze kann man immer individuell jetzt einstellen. Es ist halt quasi wie die Extras, wie die Perks. Und genau, finde ich, ist eine geile Sache. Haben sie sich was Neues zu einfallen lassen? Es ist jetzt keine gravierende Sache, aber es ist schon mal eine kleine Neuerung, wo man sagen könnte, echt. Da haben sich die Entwickler echt mal ein paar Gedanken zu gemacht. Nichtsdestotrotz gibt es im Laufe des Spiels noch ein paar Sachen, die negativ auffallen. Aber erstmal, Klasseneditor, ein paar Sachen gleich geblieben. Ein paar Neuerungen Abschussserien, haben wir auch ein paar neue Sachen dazubekommen. Ist jetzt aber auch nichts krasses. Juggernaut-Aufklärung zum Beispiel. Ist jetzt auch nichts krass gravierendes. Sieht auf jeden Fall auch alles gleich aus. So, Operator-technisch. Im Operator-System sieht auch alles erstmal gleich aus. Clean geblieben, ein paar neue Operator aufgrund der Story sind auch neu. Neu dazugekommen. Und natürlich die Sachen aus MW2 auch geblieben. Negativ sind dann halt auch hier unter den Änderungen die ganzen Bundles. Das sieht halt einfach wie in MW aus. Und der Shop natürlich auch gleich geblieben. Hier auf jeden Fall auch auf Diablo angelehnt. Zwei Sachen finde ich jetzt nicht so COD-typisch. Aber über die Bundles kann man sich ja streiten. Da will ich auch gar nicht so krass drauf eingehen. Schießstand haben sie auch. Ein klein wenig erneuert. Sieht halt auch ein bisschen anders aus. Kann man jetzt auch nicht so großartig hier zu erzählen. Genau, was haben wir noch? Modis haben wir auch keine neuen dazubekommen. Aber ein ganz großer Punkt, der jetzt schon mal in der ersten Linie negativ klingt. Oder auch positiv für die einen oder anderen. Die Maps. Wir wissen ja, dass MW3 ganz groß damit geprahlt hat, dass es ein Remake von MW2 ist. Was auch erstmal in der ersten Linie ganz geil ist. Negativ ist dann finde ich, dass halt einfach keine neuen Maps dazugekommen sind. Es ist wirklich keine einzige Map dabei, die neu ist. Kann man sich jetzt darüber streiten, ja. Die Maps wurden halt einfach nur ein klein wenig farblich angepasst. Und es wurden vielleicht ein paar mehr Grashalme oder ein paar Kühlschränke oder ein paar Eimer dazugemacht, ja. Es ist also keine einzige Map dabei. Die neue ist, es basiert halt einfach nur auf MW2. Also es ist wirklich ein Remastered MW2 mit einer Ansicht von Modern Warfare, ja. Finde ich ein bisschen schade. Ich denke mal, man hätte es auch einfach bei einem DLC dann gleich belassen können, wenn keine neuen Maps drin sind. Vielleicht kommt das ja mit den Seasons, vielleicht auch nicht. Ich denke mal, das wird uns die Zukunft zeigen. MW2 oder Activision hat uns da auf jeden Fall ein Versprecher dagelassen. Sie meinen ja, dass MW2 das letzte Release sein wird, was COD angeht für die nächsten Jahre. Das haben sie damit auf jeden Fall eingehalten. Irgendwo, ja. Irgendwo, ja. Irgendwo auch nicht. Nichtsdestotrotz ein klein wenig schade, dass sie wirklich nur Nostalgie-Maps reingepackt haben und keine großen Neuerungen. Das Menü sieht halt auch komplett gleich aus. Zwei Neuerungen, die mir spontan einfallen, sind auch geil. Einmal, dass man jetzt die Maps auswählen kann. Man kann jetzt zwischen zwei Maps auswählen. Und dass wir jetzt in-game, ja, einen Rahmen haben um unsere Mates. So einen lilanen oder bläulichen Rahmen. Der halt wirklich krass neu erscheint. Also mir sind es die 70 Euro auf jeden Fall wert. 70 Euro sind es mir auf jeden Fall wert für diese Kleinigkeiten. Nein, Spaß, Leute. Es ist ein klein wenig traurig und lustig zugleich. Dass sie halt einfach wirklich jedes Jahr damit neu durchkommen. Mit solchen Extras. Aber Leute, MW wird halt einfach langweilig nach einer Zeit. Und deswegen holt man sich das Neue. Man hätte es wirklich bei einem DLC bei 30, 40 Euro belassen können. Mit den neuen Maps, mit ein paar neuen Waffen, ja. Wäre tausendmal cooler gekommen, statt 70 Euro hier rauszuhauen für so eine Nummer. Eine Sache, die auch neu dazugekommen ist, ist, ich kann es jetzt gar nicht so genau wiedergeben, aber es handelt sich dabei um ein Freischaltsystem von einigen Aufsätzen. Und zwar, wenn man eine Waffe auf Full Level hat, kann man bestimmte Aufsätzen und Tarnungen nur durch Daily Challenges freischalten. Das ist auch eine Kleinigkeit, die neu dazugekommen ist. Das gab es so bisher auch noch nicht. Finde ich negativ. Also ich persönlich finde es jetzt nicht geil. Ich bin eher der Typ, der halt einfach eine Waffe freischalten will und einfach alles gerne hat. Ich muss auch nochmal dazu sagen, ich habe dieses Jahr, beziehungsweise ich habe dieses Mal bei MW3, mir nicht, ich habe die Beta nicht angespielt und ich habe mir auch keine Beta-Videos oder andere Videos zu dem Release angeguckt. Ich wollte das Game einfach neu auf mir wirken lassen. Ich bin echt neutral in die erste Runde reingegangen und ich habe mich ein klein wenig verarscht gefühlt. Es ist wirklich keine große Neuerung drin. Es ist einfach ein altes COD. Und ja, ich hatte auch nicht den Faktor, dass es mich wirklich gecatcht hat, weiter dran zu bleiben. Ich werde natürlich trotzdem für den Vibe und für die Community weiterhin Videos machen. Außer natürlich, ich komme an den Punkt, wo ich gar keinen Bock habe, dann werde ich auch keine Videos mehr in Zukunft bringen, bis es mich dann wieder catcht. Dann gehe ich vielleicht auf ein anderes Spiel über. Aber nichtsdestotrotz finde ich einfach, dass die 70 Euro es einfach nicht wert sind. Aber was bleibt uns anderes übrig? Wer was Neues haben will, muss dann halt einfach die volle Summe zahlen. Das ist einfach leider so. Wie Warzone sein wird, kann ich auch bisher noch nicht sagen. Habe ich noch nicht angespielt. Aber das sind so in der ersten Linie erstmal die Neuerungen, die mir aufgefallen sind. Und genau, Friends, an der Stelle ist einfach mal gesagt, danke fürs Zusehen, Like und Abo lassen. Und an der Stelle würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. So. Tock. To